In diesem Video zeigt Peter Kreinberg die Inhalte der The Gentle Touch Arbeit an der Hand im Überblick. Die feine Abstimmung von Berührungsimpulsen am Maul und am Körper mit der Gerte legen die Basis für feines Reiten. Die direkte Seite, auf der ich neben dem Pferd stehe, direkt am Gebissring den Zügel an. Ich lege den äußeren Zügel unter dem Kinn durch, etwa mit der Breite, wie das Maul- und das Stränzengebiss breit ist, also so 12 cm, 11 cm. Eine zufriedene Maultätigkeit, also durch bewusst losgelassene Muskulatur, ist hier ein Kernelement und zieht sich durch die ganze Ausbildung der TGT-Methode. Zuerst mit dem Mundstück weich einwirken, jetzt, jetzt. Detailliert erläutert der Ausbilder die einzelnen Handgreife, die biomechanischen Zusammenhänge und die Zielsetzung. Das istiva der TGT-Methode. 1, 2, 3 Und vorwär. Good hora. Grrr. Untertitelung des ZDF, 2020